Hallo, hier ist der Guzoa. Hier bin ich gerade im YouTube-Deutsch-Clan nur ganz kurz zum zeigen und zwar hier sage ich echt mal, da sollte Supercell meiner Meinung nach irgendwie was mal machen, dass man halt echt mal sagt, die ganzen komplett, ja wie soll ich sagen, leeren Clans. Also die inaktiven Spieler selber dürfen ja gerne im Spiel weiterhin bleiben, aber so komplett leere Clans oder total inaktive Clans, da müsste man einfach gucken, geht da nicht irgendwie noch was, dass man die sagt, gut, okay, komm, die haut man gleich raus, weil ihr wisst selber, ihr sucht einen Clan und habt halt 20.000 Mal einen Clan drin, die sollten doch wirklich, wenn eine gewisse Zeit lang gar nichts passiert ist im Clan, dann einfach komm raus und fertig. Wie seht ihr das? Das wäre meiner Meinung nach definitiv eine richtig, richtig lohnenswerte Sache. Achso, nebenbei greife ich mal an. Hier könnte ich mir halt easy, ja kommt hier, ganz ehrlich, das ist ja echt schon geschenkt hier, das ist ja echt geschenkt und dann, was man geschenkt kriegt, wirklich, da sollte man dann nicht lange drüber nachdenken, denke ich. Ich hau hier auch nicht mal einen Spell raus, weil ich den einfach wirklich nur, echt nur das LX und das Gold hier ein bisschen ziehen will und ich denke mal, hier müsste ich einen ganz guten Schnitt machen, sag ich mal. Mal gucken, hier, klar, logisch, den Magiaturm kriege ich ja sonst nicht, wenn ich keine Boogies verwende, sonst würde ich den ja nicht bekommen. Passt auf jeden Fall. So, komme ich hier jetzt noch irgendwie rein? Eigentlich müsste es doch machbar sein. Genau, hier an der Stelle, klar, könnte da noch eine Falle sein. Hau ich doch den Rage raus? Nee, hau ich nicht raus. So, weil viel ist da nicht mehr mit. Ah, schade, die sind auf dem Weg zum Goldlager und dann drehen sie doch um und sagen, nein, ich möchte nicht. Aber egal, wir haben hier gut Loot gemacht, auf jeden Fall. Das passt. Irgendwelche Spells brauche ich hier nicht droppen. Passt. Gucken wir den Humor doch einfach mal an. Town Hall 8, im Aufbau her ähnlich wie meine Base, klar, dass man halt wirklich sagt, gut, okay, der Gegner muss halt wirklich mindestens seine 30% der Truppen droppen, dass er halt dann wirklich auch ein Schild bekommt, ganz klare Sache. Und ich bin wirklich der Meinung, das sind so diese neuen Farm Base Dinger, wirklich, wo ich sage, gut, okay, der Gegner kriegt, wenn er sich anstrengt, kriegt er das Rathaus, muss aber halt wirklich über 30% seiner Truppen droppen und die wird da hier auf jeden Fall los, ganz klare Geschichte. Und dann hat sich das erledigt. Also von daher, ganz nette Sache. Dann sogar noch so ein bisschen als, ja, Lockmittel das Dunkle hier noch platziert, denke ich, ist ganz nett. Also, ja, ist ja ähnlich so wie meine vom Aufbau her und da passt das hier. Das Lager hier in dem Bereich ist natürlich sehr weit draußen, aber guckt mal, es ist nicht wirklich viel drin, von daher passt das. Da ist er jetzt eh gerade schön in Kristall 1 und da geht es ihm jetzt garantiert nicht so ganz da drum. So, und dann geht es schon wieder raus. Ich will mal ein bisschen im Global hin und her schießen. Mal gucken, was Global so abgeht. Hallöchen an alle. Ich werde garantiert gleich wieder 20.000 an... Hier, gucken wir mal kurz rein. Erste. Wie lange dauert, bis die zweite kommt? Garantiert geht das schnell. Oh, natürlich. Gleich erst mal anfragen. Ich bin 36, glaube ich dir nicht. Glaube ich dir nicht. Glaube ich dir einfach nicht. Sehr geil. Das ist geil. Das ist echt geil. Aus dem eigenen Clan einen im Global zu treffen, ist ziemlich geil. Hashtag Zufall. Und ich nehme sogar gerade noch auf. Das ist ja echt mal richtig, richtig gechillt. Schade, dass man, ganz ehrlich, das wäre auch so eine Sache. Also jetzt habe ich ja gerade gesagt, dass es cool wäre, wenn man Clans schließen würde automatisch. Und auch geil wäre es, wenn man... Es wird immer... Es wird immer gefragt, 15k. Wie viele Abos hast du? Wie viele Abos hast du? Das ist so krass. Immer. Ja. Klar. Wie viele Abos? Ich meine, klar. Ist natürlich verständlich. Ich meine, wenn jetzt einer sagt, Oh, Yoko Ike, ich habe jetzt irgendwie drei Abos oder sowas und nenne mich halt YouTuber, logisch. Das ist natürlich dann so eine Sache. Aber, ja, man wird immer danach gleich gefragt. Nee, aber was ziemlich geil wäre, wie findet ihr denn das? Wenn man im Global Wiederholungen teilen könnte. Wäre doch richtig genial, oder? Also, weil da hätte man einfach noch ein bisschen mehr diesen... Was heißt Zusammenhalt? Kannst du ja nicht sagen. Aber einfach, oh, ich würde gerne euch mal was zeigen und zack. Das wäre doch echt richtig, richtig geil. Das wäre ja jetzt auch ziemlich geil. Das wäre jetzt ziemlich geil. Läuft bei dir. Ey, heute ist ja echt übel, die krasse Sache. Meine Oma wohnt in Lampardswalde, Alter. Bäm! Jetzt kommt's, jetzt kommt's gleich richtig, Alter. Das ist ja richtig... Ey, heute ist der Zufalltag überhaupt. Das ist ja mal richtig krass. Also, Großenheim und Lampardswalde sind irgendwie acht oder neun Kilometer auseinander. So, also ich sag mal, das waren ja doch einige Zufälle dazu. Das ist ja echt richtig, richtig krass. Aber so, so klein ist echt die Welt. Und jetzt werde ich mich erstmal wieder in meinen Clan verdrücken. Richtig, richtig krass. Also, wie gesagt, heute die Aktion, dass mich zwei aufs Shirt ansprechen. Dann im Global einen aus dem eigenen Clan getroffen. Auch richtig geil. Und dann noch einen aus Großenheim. Das läuft natürlich richtig übel ab. Also, wie gesagt, so klein ist halt mal die Welt. Das ist echt richtig cool. TX. Ja, durch das Update waren halt die Wiederholungen logischerweise wieder weg. Schade, sonst hätte ich da natürlich gerne nochmal reingeschaut. Aber das soll's erstmal gewesen sein. Wie gesagt, waren wieder viele Sachen, paar Ideen. Wie gesagt, wie denkt ihr darüber, im Global die Wiederholungen zu posten. Und wie gesagt, dass inaktive Clans einfach rausgefischt werden. Weil das ist doch echt mega nervig. Dass man einfach irgendwie eine Ansage bekommt. Was weiß ich. Passt auf. Hier, der Clan war jetzt irgendwie 14 Tage AFK. Da kam immer nur einer kurz rein und dann wieder raus oder sowas. Naja, bloß dann wäre auch mein Videoclan weg. Das wäre auch scheiße. Bloß da wird ja wieder wenigstens was gepostet. Also, wie gesagt, wie seht ihr das? Wenn da wirklich halt nichts passiert in so einem Clan, soll der doch zugemacht werden, oder? So sehe ich das. So, ja. Wie gesagt, das war's von mir zum Video. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.